Montellier ist eine französische Gemeinde mit 3.926 Einwohnern im Departement Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört administrativ zum Arrondissement Valens und zum Kanton VALENCE2. Die Einwohner werden Montellierns genannt. Geografie Montellier liegt etwa 10 Kilometer östlich von Valens. Durch die Gemeinde verläuft der Kanal de la Bonn. Umgeben wird Montellier von den Nachbargemeinden Alexanden im Norden, Chabay im Osten und Nordosten, Chateau d'Abel im Südosten, Chaboy im Süden sowie Valens im Westen, Bevölkerungsentwicklung, Sehenswürdigkeiten. Kirche Saint-Prix 1892 bis 1902 an der Stelle der alten romanischen Kirche erbaut. Kapelle von Fokonires aus dem 17. Jahrhundert. Schloss Montenat Rotondem und Musat Schloss aus dem 14. Jahrhundert Madagaskar Museum Rundium Journalier Shaw Listen Martin